Willkommen bei Mitte spricht. Mein Name ist Stefanie Remmlinger. Ich bin die Schulstadträtin und ich bin hier heute an der Musikschule Fanny Hänsel in der Swinemünder Straße. Hier haben wir etwas ganz Besonderes gemacht, nämlich die Musikschule hat Platz gemacht für ukrainische Willkommensklassen. Drei Willkommensklassen beschulen wir hier. Ungefähr 80 Willkommensklassen haben wir im ganzen Bezirk. Es wird mit den Plätzen in Schulen langsam knirscht. Deshalb werden wir jetzt kreativ und bedanken uns sehr, zum Beispiel bei der Musikschule, aber auch bei den Jugendeinrichtungen, die auch sich bereit erklärt haben, dass wir bei ihnen Willkommensklassen aufmachen können. Bei der Volkshochschule Mitte, die nicht nur ukrainische Lehrkräfte gerade im deutschen Schul, sondern auch ihre DATS-Dozentinnen zur Verfügung stellt. Wir haben also ganz besondere Modelle für die Kinder, denen wir eben bestmögliche Bildung von Beginn an, von ihren ersten Tagen in Berlin bieten wollen und bieten können.